Hey und herzlich willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Heute mal ein Keyboard-Sounds-Video, weil das kam ja beim WM-Tippspiel dann doch etwas zu kurz. Ich werde ein paar Sounds mit meinem MacBook und mit meiner ganz normalen Tastatur hier machen. Ihr könnt zu den Timecodes switchen unten in der Beschreibung oder in den Kommentaren für die Handynutzer. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem Video und ohne große Umschweife kommen wir auch schon zum ersten der beiden Geräte. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. 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 Ich hoffe euch euch. Hat das Video gefallen. Wenn ja. Lasst mir gern. Einen Kommentar. Oder like da. Wir sehen uns. Beim nächsten Video. Bis dahin. Noch einen schönen Morgen. Mittag. Oder auch Abend. Ciao.